Genau, also ich bin die Laura, bin selbstständig im Fitnesscoaching, also mache vor allem Wettkampf, also bereite Athleten vor für die Bühne, sowohl Lifestyle mache ich aber auch, als auch die Bühnenvorbereitung und bin auf dem Aufschließt-Kreis durch jetzt mein Studium an der DFBG. Heute sind dann ja auch die Ehrungen und da wurde ich eingeladen, deshalb bin ich hier. Also wir sind gerade erst gekommen tatsächlich, deshalb kann ich noch nicht so viel sagen, aber später freue ich mich auf jeden Fall, wir gucken uns vorher noch den Vortrag mit Fabian Hambüchen an und dann direkt im Anschluss sind ja die Ehrungen, genau. Genau, wir sind nur heute da, weil ich morgen tatsächlich von einer Athletin von mir auf dem Wettkampf von ihr bin, deshalb bin ich nur heute da. Ja, ich finde es schon cool, gerade wenn man hier doch viele Aussteller wirklich hat und alle wirklich auf einmal hat und ja, sowohl auch Geräte wie auch Fitnessstudios, also es ist schon echt eine mega Bandbreite, wo man sich einfach informieren kann, also es ist richtig, richtig schön.